Von der Meerschweinchen-Farm. Heute bei Pippi und Pippi. Pippi und Pippi haben Glück. Die dürfen heute naschen, beziehungsweise dürfen sie einfach einmal austesten. Das ist eben für die Ferienpensionen. Da gibt es nämlich dieses Thema, das eine mit dem süßen Quartier. Und da haben wir jetzt Häuser gekriegt. Und die dürfen Pippi und Pippi heute einmal Probe testen. Pippi, das kann man nicht aufessen. Das mag ja nicht mehr Schweinchen, ich bin am allerliebsten. Sie sind einfach so derwertig entdeckerfreudig. Ja, ja. Geil, da hören wir die Stimme. Ja, ja. Natürlich, ihr wisst es. Bei mir habt ihr selber einen Glück. So. Bei mir habt ihr selber einen Glück. Da ist ein Hermel da. Wir haben genug. Aber vorbildlich muss ich auch dazu sagen, bei den nackten Meerschweinchen. Nein, sie nehmen nicht die süßen Sachen. Nein, sie nehmen den Salat, die gesunden Sachen. Alle Achtung. So. Immer mit der Ruhe, Pippi. Pippi und Pippi, wenn ich das so herzeige, dann muss ich auch noch ankündigen, dass wir da beim Wettessen sind. Wer schafft es als erstes das Salatblatt? Unglaublich. So, das ist jetzt keine Zeiteinspielung, wo ich es für die Draht habe, dass es mit Schneller ausschaut. Nein, sie tanzt tatsächlich. Pippi und Pippi, ich sage euch das. Ihr Fressschweinchen. Schlucken, nicht vergessen, gell. Okay. 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 Vielen Dank. So, zum Schluss müssen wir zusammenheften. So, bevor es richtig spannend wird, obwohl sie haben es glaube ich gleich geschafft. So, entdeckt doch nur ein bisschen unsere Häuser, komm. So, danke sehr. Ja, genau, danke Pipi. Das gibt jetzt aber gleich nochmal ein bisschen ein besseres Bild ab. So, vielleicht gehst du nur in eine andere Sand rein, nimmst du ein bisschen deine Salatplatten mit. Nein, wo bist du? So, jetzt müssen wir es laufen. Genau, heißt. Du kannst mir mal nehmen, wenn du im Salatplatten war, was oben. Ein Pipipuppi, um Gottes willen. Du kannst mir mal nehmen, wenn du im Salatplatten warst. So, bevor es euch jetzt dann komplett noch... Wie sagt man, dass Vogel mit euch durchgeht, oder den Vogel außerhaut? So, jetzt nicht die Kirschen zusammenhessen. So, komm Puppi, du schaffst das letzte noch. Pipi, geh in den Schlafsack, gut. Doch nicht. So, jetzt war die Damen. Geil, nachdem es jetzt ja schon wieder ziemlich spät ist am Abend. Und, wer hat das letzte Salatplatt... Achtung, da liegt nur ein kleines Ding. Wer das noch findet... So, dann sagen wir mit euch einen fröhlichen Gesprünge und... Tschüss, sag ich euch gerade von der Regie. Macht es nur ein paar Freudensprünge, bitte. Oder ein paar Tanz-Einlagen. Kommt, hau hab. So, ich glaube, das war das Ende der Show. Hm, Puppi. Na, Pippi presst nur umstandenen Tee. Hier geblieben, Puppi. Na, was wir für eine Gaude haben, hau? So. So, jetzt macht ihr noch ein paar Sprünge, ein paar ganz kurze Aufführungen. Dann gibt es noch das Holz am Abendessen und dann machen wir einen Abflug. Bevor es mir wirklich nur die Häuser zusammenfressen. So. Pippi. Pippi. Oh, das ist mir ein ausgedehntes Video. So. Doch, jetzt sagen wir Tschüss von der Meerschweinchenfarm und ein fröhliches Wig, wig.